Ich gehe jetzt zum Lehrerzimmer. Uah, okay. Wir müssen ja aber rein hier ganz schön. Sieht aber alles ziemlich cool aus mit den ganzen Halloween. Äh, mit den Kürbissen und 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 und. Also, schon geil gemacht und... Was ist mit dir, Fräulein? Bist du... Ich frag lieber nicht. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ich komme. So, hier entlang. Darum die Kurve. Er bewirft Leute mit Feuerwerkskörper. Das ist auch eine schöne Sache. Kann man ja mal so an Halloween machen. Okay, die Aufseher kommen schon. Da vorne ist das Lehrerzimmer. Okay. Deponiert den Beutel an der markierten Stelle. Hopp! Es wird lustig sein. Du hast das Red Ninja Kostüme erhalten. Super. Geile Sache. So wie der Typ aussieht, ist das wahrscheinlich unser Sportlehrer. Oh Gott. Wieso muss er wegrennen und ich nicht? Uuuh. Uuh. Ich gehe schlafen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf. Oh, wie schnell sind denn die? Hey, 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 hey. Oh du Arsch. Wie, was? Kannst du es warnen, mich aus meinem Schönheitsschlaf aus dem Mülltonne rauszuziehen? Okay, ich denke mal, das war es mit der Mission. Ich gehe jetzt hier hin und dann erstmal eine Runde Schlaf. Haben wir uns auch verdient. Äh, so. Einfach mal in den Klamotten scheiß aufs Umziehen. Wir pennen so. Oh. Ah, wir sind schon umgezogen. Das ist toll. Das ist toll. So, was gibt es? Einmal Charakterbögen und Hilf Gary. Okay, aber ich schlage vor, wir ziehen uns mal ein wenig um. Denn wir haben ja ein paar Sachen. Äh, Bullworth Cap. Wrestling Helm. Schädelmaske. Rote Ninja Maske. Äh, ne. Wir nehmen das Cappy. Pink Keyboard. Oh Gott. Oh. Okay, Bullworth Letterman Jacket. Skelet Shirt. Rote Ninja Jacke. Unterhemd weiß. Braune Jacke. Ach, unsere... Bullworth Pullunder. Ich lasse den. Das sieht irgendwie cool aus. Gefällt mir. Aber die Hose mal vielleicht ändern. Ne, das... Auch nicht. Rote Ninja Hose. Knapper Slip. Mh. Nein. So, Jeans lässig. Pyjama Hose. Schul Pump Hose. Ne, Jeans lässig. Das sieht doch cool aus, oder? Ne, komm. Wir lassen die Schulhose und coole Gruftstiefel. Socken. Ich hab ne SMS. Klassische weiße Sneaker. Ah, okay. Ja. Okay, dann... Was ist das Schönes? Hilf Gary. Machen wir das einfach mal. Äh, alles okay. Okay. Und Tide wartet für keinen Mann, mein Freund. Aber es scheint, dass sie wartet für einen wannabe-tough-Gerchen, der nichts, aber eine kleine Mädchen ist. Du bist voll davon. Also du sagst mir, schau, jetzt komm mal, ich versuche dir, nach dem, werden Dinge nie wieder die gleiche sein. Oh, ich bin so glücklich. Ich sollte die Pille schon vorhin verstanden haben. Ja, genau. Was auch immer du sagst, ja. Du vorhast, lieber Gary. Ich stehe hinter dir. Folge Gary, okay. Mit meiner Mütze wird mich auch keiner mehr kennen. Kann ich schön alle Streiche spielen. Lauf! Ich bin so schnell als der. Oh, yeah, Jesus. Hi, Beatrice. Bist und Kuss? Ach, fuck off. Ja, okay. Oh, fuck. Okay, ich, äh. Oh. Komm schon, gib mir deinen Schläger. Oh, jetzt wird geramsied, damsied hier. Boah, zack. Noch einmal. Oh. Der Lehrer. Ach du Scheiße. Nein. Lassen Sie mich los. Ih. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Oh, ich wurde erwischt. Scheiße. Was jetzt? Krieg ich Strafe? Ich hab so, ich hab das noch in Erinnerung, dass man jetzt Rasen mähen muss oder so. Als Strafarbeit. Was für ein Wachstum. Alles klar, alles klar. Kommt nicht wieder vor, Sir. Wenn ich erwischt werde, verliere ich einige meiner Gegenstände. Was denn? Oh. Meine ganzen Feuerwerkskörper und Stinkbomben und alles ist weg. Toll. Ganz tolle Sache. Okay. Ach, der Unterricht hat begonnen. Nee, auf Unterricht. Ach, leck mich doch. Oh, Arsch. Habe ich jetzt keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Ich will lieber wieder die Mission wiederholen. Tue ich schwänzen, tue ich schwänzen? Ja, ich tue schwänzen. Aber, ich mach's mit Recht. Boah. So. Jetzt dort nach vorne. Ach, meine ganzen schönen Items sind weg. So, ich muss mir jetzt erst mal wieder was basteln hier. Schöne Sprengkörper. Äh, und dann so. Hilf Gary. Naja, du bist aufgeregt wegen etwas, wegen einer großen Sache, von der ich keine Ahnung habe. Schön am Lehrer vorbei. Er sieht uns nicht. No! You son of a teacher. Lauf! Oh, der ist aber schnell, du. So, alle kaputt. Trifft dich am Keller mit Gary. Oh, oh. Geh in den Keller der Schule. Machen wir auch unverzüglich. Okay. Bahne dir einen Weg durch den Keller. Hm. Mal gucken, was es hier so für tolle Sachen gibt, die man kaputt machen kann. Oh, ein Fernseher. Schön. Alles. Hm. Mit den Fäusten a la Chuck Norris. Okay, alles klar. Aktivieren. Ich weiß zwar nicht, was du vorhast, aber es, äh, sieht böse aus. So, was muss ich, ach, rüberklettern. Ich sehe es jetzt schon. Hopp. Du wirst wirklich liebst, Timmy. Oh, ja. Wenn du mich anlügst, verarscht oder bescheißt, dann wartet etwas auf dich, mein Freund. So, ich nehme das Stöckchen mit. Man weiß ja nie. Ne, das ist besser. Oh, Stinkbomben, Fernseher. Alles kaputt, Mann. Wir machen alles platt. Wir lassen nichts. Ähm, hier ist ein Ziegel. Und wie wir da reinkommen. Ach, genau. Geh es euch da drauf? Hey, Jimmy, see if you can not grow up. Would you hurry there, Jimmy? Yay. Okay. Du kannst durch Öffnungen in Mauern und Zäune griechen. Ah. Gummiband. Schön, alles nochmal kaputt machen. Man weiß ja nie. Okay. Ich sag's dir, wenn da nichts Großartiges ist, was mir irgendwie die Sprache verschlägt, dann kannst du dich mal auf was vorbereiten, lieber Gary. Okay. Hier war's so. Dauert. So, wir schwänzen gerade noch nebenbei einfach mal den Unterricht. Hm. Ist das so. Ich habe gehört, dass es passiert ist, aber ich habe noch einen gesehen. Was jetzt? Oh. Oh. Das wird kommen hin. Vielleicht wird das auch an Halloween tun sollen. Shit. Das habe ich gar nicht getan. Ich sehe nichts. Wie viel habe ich denn schon? Einer fehlt. Ach, hier. Yay. Kürbiskopf. So, was wollte er jetzt? Ich habe irgendwas vorhin aufgesammelt. So, was willst du? Da kann ich... Anscheinend... Wenn du dir im Temperatur des Heizkessels senkst, tritt kein Dampf mehr ein. Ach, hier. Sprühe den Heizkessel zu, um abzukühlen. Lololololololo. Ach, ja, ja. Das könnten wir gebrauchen. Nehme ich mal vorsichtshalber mit. Ähm. Ja, gut. Okay. Weiter. Oh. Oh, oh, oh. Das sieht hier böse aus. Ähm. Da sind ein paar Leute gerade ange... Trocken. Oh, Jimmy Boy, here we are. The Hole. The place where this school separates the men from the boys. The wheat from the chaff and all that nonsense. Okay, so what's that got to do is standing up to people, keeping them in line. This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy Boy. I know you sell all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school, I want to run this school. Ich wusste es, er ist ein Arschloch. Okay, man. Spielen wir nach deinen Regeln. Was? Bleib doch hier, komm. Lass mal ein bisschen reden. H toil... Sie seit...